So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zu Mental. Ähm, ja. Dieses Spiel soll einen richtig ordentlich reinhauen. Und ich bin nicht froh darüber. Nein. Aber ich spiel's. Hihi. Na, wie geht's euch? Oh, ihr seid gut drauf. Denn, wo, wo, wo bin ich? Bäh. Oh, ich kann laufen. Laufen ist immer gut. Okay, okay, okay. I have to escape. God damn it. Okay. Okay. Oh, ich kann's wegschieben. Oh, das ist sehr praktisch, wenn ich das... Oh. Okay. 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 Ey, ich hoffe, der ist tot. Ey, ich hoffe, der ist tot, der Kerl. Hi. Oh. Wie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Mei, ihr schaut's aber nicht gut aus. Oh, oh. Oh Gott, ich glaub, ich mach die Tür zu. Tür zu. Na. Tür zu. Okay. Es ist zu ruhig. Was ist denn das für eine Uhr? Door locked. Oh Gott. Hallo. Oh. Halt's. Da ist was. Da ist irgendwas. 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 Hallo? Äh. Okay. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Hier ist nix, oder? Warum? 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 Show. Ich hab Angst, dass da irgendwas steht. Irgendwann mal. Da ist schon nix, oder? Oh. Oh mein Gott. Okay. Ja, jetzt habt ihr gehört, oder? Hey. Hey. Buh. Ihh. Ihh. Was bist du denn für einer? Okay. Okay. Okay, das wird immer lauter, das Geräusch. Was zum Teufel ist das? Oh. Blut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tür zu. Tür zu. Shh. Shh. Tür zu. Tür zu. Mmh. Leute. Es hört nicht mehr auf. Oh. Es hat aufgehört. Schlüssel. Halleluja. Oh mein Gott. Was? War das für ein kranker Scheiß? Was? War das für ein kranker Scheiß? Leute. Nee, Mann. Leute. Nee, oder? Hey. Ja, passiert nix bloßes, oder? Scheiße. Hab ich Gänsehaut. What? Oh Gott. 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 Okay. 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 Alles klar. Alles klar. Ich bin, ich bin jetzt schon reif für die Klapse. Ich geh jetzt einfach nur noch. Oh. Uh. Schick. Ist ja übel. Hardcore. Hier ist nix, oder? Nein, hier ist nix. Oh. Hick. Hick. Okay. Los, komm, komm, komm. Sch, sch, sch. Yes. Leckt mich. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute, kommt, ey. Oh, Gott. Leck. Boah. Scheiße, man. Diese Mülltüte hat mich jetzt... Boah. Boah. Oh, jeder Schmähde. Lecker. Heiliger. Heiliger. Hey, hey, hey. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Ich muss kacken. Oh, Gott. Oh, Gott. Ey, Leute, das ist so krank. Ey, das Spiel ist so krank. Ey, das Spiel ist so krank. Hallo. Ja, ja, komm. Ihr erschreckt mich nicht mehr. Du erschreckst mich schon gleich gar nicht mehr. Huh. Ich laufe das einfach durch. Like a boss. Was? Was ist ein Läufel? Oh, Gott. Okay. 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 Ich war verstanden. Ich war verstanden. Lolololololol. Nö, sagt man nicht mehr. Nö. Hier passiert ja nix. Hier passiert ja nix. Hier wird mir nur erschreckt. Oh, Gott. What the fuck? What the fuck? Alter. Ja, alles klar Der war nicht schlecht Der war echt nicht schlecht Der war wirklich, der war Oh Gott Okay, okay, wisst ihr was? Das ist nicht schlecht, also das ist echt nicht verkehrt Okay Was auch immer das für eine komische Tür ist Ich will es gar nicht wissen Ne, ich will es gar nicht wissen Ich kann mir gut vorstellen, dass Dass es da schon wieder irgendein Schlüssel wird, muss Weil da schon wieder eine Tür Verschlossen war Ja, natürlich Ne, da ist nichts behind me Oh Gott Oh Gott Oh Das hat aufgehört Okay, zu Zu Oh, das ist doch schön Handscan Oh, cool Ach nein Nein, nein Warum bin ich denn so krank verschwommen? Na, danke schön Also ich gehe da jetzt immer noch nicht hin Selbst mit Alter Habe ich eine Taschenlampe? Nein Oh Gott Oh, Leute Hey Oh, nö, nö Leute, ist das so kacke? Okay, 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 okay Hier passiert nichts, hier passiert nichts Hier ist bestimmt irgendwas cooles, oder? Komm Schlüssel Yes Warum auch immer Für was der Schlüssel gebraucht wird Nein, die Tür bleibt auf Ne, da will ich nicht lang gehen Ne, tut mir leid Halt's Maul Halt's Maul, ganz ehrlich Packt es nicht mehr I feel someone is watching behind me Bläh, bläh, bläh Oh, fick dich Ich hoffe, hier ist einfach kein Monster Ich hoffe, hier ist einfach kein Monster Punkt Das hoffe ich Das wünsche ich mir So, ich hoffe, die Tür lässt sich wenigstens auf Die lässt sich auch nicht aufmachen Toll Mö Oh Gott Gott noch Mö Ich sterbe hier Innerlich Hi Was ist das? Ice scan Wunderbar Sehr schön Ah Ne Leute, Leute Ich kann, ich kann sowas nicht oft spielen Ey, ich, 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 ich Ich krepier doch Ich geh doch ein Ich geh hier echt ein Oh je Oh je Oh je Oh je mit E Schlüssel Zwei Schlüssel, bitte Verdammt Nur ne Kackwurst Hallo Was zum Teufel Was zum Teufel Was zum Teufel Okay Ach He he Damn Damn Du bist tot Damn Hallo Okay 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 Ganz Toller Houdini Trick Ganz Toller Houdini Trick Ganz toller Houdini Trick Ja Hat er gut gemacht Okay, hier war ich schon Scheiße, Mann Ich packte es nicht mehr Ich packte es Ich packte es Spiel gerade nicht mehr Ey, ganz ehrlich Ich sterbe hier gleich Ich sterbe hier gleich A key for one of Nein Nicht schon wieder Ich geh da nicht in die Mitte Ich geh nicht in die Mitte durch Ne, das ist uncool Ne, ich fühl mich hier sicher Wenn ich hier geh Oh, what the fuck Perfekt Oh, Gott. Nee, nee, Leute. Leute, Leute. Nee, Mann. Nee. Ey, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Ich kann keinen Schritt. Ich kann echt... Nee, ich bin tot. Ganz ehrlich, ey. Scheiße. Okay. Ich krieg grad voll den Anfall. Was? Lecker. Habe ich jetzt den Kopf aufgenommen? Scheint so. Oh, Gott, nee. Mein Herz. Mein Herz ist noch so krass drauf. Was? Ey, der Typ, der lag da aber vorher doch nicht, gell? Hey, ich bin zwar bescheuert. Alles klar. Ich bleib hier erst mal. Ja, ich bleib hier erst mal drin. Also, ich... Boah, leck mich, ey. Komm, wenn da jetzt irgendwas rausgesprungen kommt. Ich bin breit. Ich bin breit. Ich bin breit. Scheiße. 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 Ficken, ey. Ach, Gott. Dieses Skelett, ey. Das hat mich so... Ey, das hat mich so umgebracht. Das hat mich so umgebracht. Das hat mich echt so umgebracht, Leute. Entschuldigung, aber... Ach. Du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay. Jetzt wissen wir, wo all diese Leute von diesen... Keine Ahnung, nennen wir es mal. Nennen wir es mal. Nennen wir es mal. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Leute, Leute, Leute. Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Okay? Ich hab Gänsehaut. Obwohl es scheiße warm ist. Okay. Jetzt kann nicht viel passieren. Außer so dieses blöde Skelett kommt wieder. Und es reicht mir mit diesem Skelett. Spiel, beruhig dich. Spiel, beruhig dich. Spiel, beruhig dich doch bitte. Spiel, beruhig dich doch bitte. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Boah, Leute. Mein Gott, ich kripp hier gleich. Okay. Also. Es hört nicht auf mit der Lautstärke. Also laufen jetzt einfach. Wir laufen jetzt einfach. Okay? Egal, was passiert, dann erschrecke ich mich halt. Ist doch lustig. Ja, das ist lustig. Komm. Okay. Szenenwechsel. Szenenwechsel. What the fuck? 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 Okay. 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 Lauf, 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 Kato, 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 komm! Ich hoffe, ich kann jetzt in Frieden Gehen Ich hoffe, das war jetzt nur eine optische Täuschung Nein, das war keine verdammte optische Täuschung Leck mich doch, leck mich doch Leck mich Fettig I see Dexit Oh ja, bitte Warum leuchtet dieser Boden Gefällt mir nicht Spring No Oh Gott Okay Okay Oh Leute Puh Okay Das war definitiv kein Schlechtes Spiel Das war definitiv Kein schlechtes Spiel Ihr müsst mal sowas alleine spielen Spielt mal sowas Dunkel Mit Headset Aufgedreht Spielt es mal Und weh, ihr spielt es In einem so kleinen Fenster Bei so einem Bildschirm Macht es mal selber Das ist Wahnsinn Tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu viel geschrieben habe Ist menschlich Nicht irrenmenschlich Sondern Schreiben ist menschlich Alter Boah Ich kann so ein Spiel Ich kann so ein Spiel Kann ich nicht oft spielen Also Tut mir leid Puh Naja Vielen Dank fürs Zuschauen Ich halte euch gefallen Und würde mich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal wieder Bei irgendeinem anderen Grusel Spiel Oder Bei irgendeinem anderen Etwas Wieder mich sieht Und ich euch begrüßen darf Boah Kennt's Boah Alter Also dieses Skelett Das Skelett war immer noch das Top Ding Das ist Also das war unerwartet hochziehen Oh Gott Naja Vielen Dank fürs Zuschauen Wahrscheinlich sag ich sie ehrlich Ich sag's im Seitenraum Naja War gut Jetzt bin ich wieder wach Jetzt bin ich wieder wach Jetzt bin ich wieder wach Mein Name ist Ben Und ich sage für Mäntel Für heute Auf Wiedersehen Tschüssi